Ich denke, ich fange einfach schon mal an. Sie haben alle lange durchgehalten und ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem letzten Vortrag. Heute nationale und internationale Perspektiven auf den Umgang mit Diversität. Ich werde mein Thema einführen heute, indem ich zunächst ein paar nationale und internationale Definitionen von Diversität präsentiere und auch darüber etwas sagen, wie man in verschiedenen Ländern eigentlich mit Diversität umgeht. Da gibt es nämlich vier verschiedene Strategien, die sehr unterschiedlich sind. Ich werde dann etwas dazu sagen, wie man mit Diversität in der Lehre umgeht und worauf ich mich besonders konzentrieren werde, ist ein Punkt, der hier häufiger angesprochen wurde, zum Beispiel auch von Frau Tebetschek heute Morgen, aber auch von Frau Dr. Bochse. Dass wir uns häufig auf eine Diversitätsdimension konzentrieren und dabei leicht vergessen, dass viele soziale Merkmale doch bei einzelnen Personen auch miteinander verknüpft sind. Sehr, sehr schade ist, und das finde ich, müssen wir immer wieder deutlich machen, dass gerade die Presse, aber auch die Wissenschaft häufig nur einzelne Diversitätsdimensionen herauspickt und sich genau darauf konzentriert. Und dann kommt es gerade eben auch in öffentlichen Diskussionen so häufig zu sehr pauschalen Aussagen, die meines Erachtens gerade auch für die Lehre gefährlich sind. Und ich meine, da haben wir in der Wissenschaft eine besondere Verantwortung. Ich werde dann versuchen, anhand von zwei Beispielen aus meinem Bereich der Mehrsprachigkeit und dem Sprachenlernen einmal zu zeigen, wie verschiedene Faktoren miteinander interagieren und Beispiele dabei eben aus der Sprachlehr- und Lernforschung bringen. Und dann werde ich einige Schlussfolgerungen auch für die Lehre ziehen. Sind Sie einverstanden mit dieser Gliederung? Das ist sehr schön, denn ich muss ganz ehrlich sein, ich könnte es jetzt auch nicht mehr ändern. Gut. Okay. Ich beginne mal mit der nationalen Perspektive und dabei möchte ich mit dem beginnen, woran Frau Tepetschik und ich gearbeitet haben, längere Zeit, als ich das Amt übernommen habe. Wir waren nämlich aufgefordert für die Philosophische Fakultät, ein Diversity-Konzept zu entwickeln. Und da möchte ich nochmal auf etwas eingehen, was Frau Tepetschik teilweise auch schon gesagt hat. Da steht, das Diversity-Konzept dient der Wahrnehmung, Wertschätzung und Förderung von differenten Lebenslagen und Potenzialen, sowie der Entwicklung von Strategien und Maßnahmen, durch die die Chancengleichheit und die Gleichstellung aller Fakultätsangehörigen, inklusive der an der Fakultät Studierenden gefördert werden. Ich denke, das können wir auf die gesamte Universität übertragen. Dann geht es weiter, um nochmal auf die Dimensionen zu sprechen zu kommen. Orientiert am allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz sind als zentrale Dimension von Diversität, Geschlecht, ethnische Herkunft, sexuelle Identität, Alter, Behinderung und Religion zu berücksichtigen. Entsprechend der Schwerpunktsetzung im Gleichstellungskonzept und mit Blick auf gesellschaftliche und bildungspolitische Herausforderungen sollen dabei insbesondere die Handlungsfelder Diversity und Migration und Diversity in der Lehrerinbildung im Fokus stehen. Das ist für mich jetzt nicht ganz uninteressant, weil ich aus dem Bereich der Lehrerinnen- und Lehrerbildung komme und einiges, was ich heute vortrage, werden auch noch Erfahrungen aus Schulen sein. Gut, und dann haben wir noch hineingeschrieben in einen weiteren Auszug. Vor dem Hintergrund der migrationsbedingten Entwicklung ist in Deutschland von einer zunehmenden kulturellen Diversität von Studierenden sowie von Schülerinnen und Schülern auszugehen, sodass der Umgang mit kultureller, religiöser und sprachlicher Diversität zur zentralen Kompetenz im Bildungsbereich wird. Und ich werde Ihnen nachher auch noch ein paar Zahlen nennen, die über das, was Frau Tepetit schon berichtet hat, hinausgehen und die zeigen dann, wie wichtig diese Aufgabe werden wird, mit sprachlicher und kultureller Diversität umzugehen. Schaut man sich internationale Definitionen des Begriffs Diversity an, ist das sehr ähnlich. Ich habe hier mal eine Definition aus dem Longwind Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics. Und da ist die Definition Diversity in reference to a group of learners or individuals in society, the quality of, interessant, including, Inklusion, darüber haben wir nicht so viel gesprochen heute, of including people of many different ethnic, cultural and linguistic backgrounds of physical abilities. Da sind wir auch wieder bei Inklusion. Dann, interessant, Entschuldigung, Also irgendwo haben wir dann doch immer die dominante Gruppe und versuchen wir zu assimilieren letzten Endes. Interessant finde ich jetzt aber, das sollten nach dieser Definition Leute, die sich mit einer Diversitätsperspektive auseinandersetzen, eigentlich tun. Proponents of the status of diversity seek acknowledgement of cultural diversity throughout society, the encouragement of tolerance, the need to redress, wieder gut machen letzten Endes, past discrimination against minorities and the creation of a more tolerant society. Das sind alles sehr, sehr schöne Ziele, die hier in diesem Wörterbuch genannt werden. Schaut man sich aber mal an, wie weltweit mit Diversität umgegangen wird, finden wir letzten Endes vier Positionen. Was Sie nämlich in verschiedenen Ländern finden, sind vier Arten, vier Strategien, wie man mit Diversität umgeht. Eine ist, Diversität wird ganz einfach ignoriert. Die Gruppen, die verschiedenen Unterschiede, die es gibt, werden ignoriert. Noch schlimmer ist es, wenn Sie eine Art von Segregation haben. Ich hatte die Chance mit Herrn Rachkoschkin in den letzten anderthalb Jahren zweimal nach Malaysia zu gehen, wo man wirklich versucht, an den Universitäten Leute unterschiedlicher Gruppen zusammenzubekommen. Aber Sie haben dort in Malaysia vor allen Dingen Leute mit einem indischen Hintergrund, einem malaysischen Hintergrund und einem chinesischen Hintergrund. Die gehen fast alle an ihre eigenen unterschiedlichen Schulen. Für mich ist das schon eine Art von Segregation. Eine weitere Sache, ich denke, das ist das, was wir in Deutschland noch oftmals finden, ist diese Assimilation. Wir versuchen zwar, Diversität wahrzunehmen, aber irgendwie versuchen wir sie auch alle irgendwie zu integrieren und so ein bisschen an das, was wir erwarten, anzupassen. Inklusion wäre anders. Hier versuchen wir, die Eigenheiten noch viel stärker wahrzunehmen und die Leute auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu unterstützen. Das ist ein Ziel, dem wir immer mehr nachzugehen versuchen. Wobei ich allerdings der Meinung bin, man sollte Menschen mit Behinderung beispielsweise auch die Wahl geben, was für ein Angebot sie nutzen wollen. Und da gibt es, ich habe viele sehr interessante Interviews von Menschen mit Behinderung und haben gesagt, teilweise möchte ich gerne in eine ganz normale Schule gehen, aber es gibt auch Leute, die sagen, ich fühle mich wohler, wenn ich zum Beispiel an einer Schule bin, wo ich ganz speziell die Förderung erhalte, die auf meine, seien es psychische oder körperliche Probleme, bestimmte Förderung bekomme. Wie gehen wir nun damit um mit der Diversität? Ich finde ein Zitat eines Kollegen von mir, Engelbert Thaler aus Augsburg, ganz gut. Er betont, da sind wir uns sicherlich einig, und das hat es heute auch hier sehr schön gezeigt, dass sein Einheitsunterricht nicht angemessen ist. Thaler schreibt, in jeder Lerngruppe, in jeder Schulform, und das sind Schulen, Kitas meines Erachtens und Hochschulen, finden sich ganz verschiedenartige Lerner mit ihren ganz eigenen Bedürfnissen, Schwächen und Stärken. Ihre Heterogenität manifestiert sich in mindestens acht Bereichen. Alter, Geschlecht, Persönlichkeit, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ist jemand extrovertiert, introvertiert, auch das müssen wir noch nehmen. Sie haben psychologische Erkrankungen angesprochen, das ist auch ein Persönlichkeitsmerkmal. Intelligenz ist auch eine Sache, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, kognitive Grundvoraussetzungen, Sprachbegabung, biografischer Hintergrund. Das wurde heute Morgen dann auch angesprochen von Frau Bosse, Lernstile und Lernstrategien. Und dann sagt er, und das finde ich ganz wichtig, wer diese Verschiedenartigkeit akzeptiert und jedes Individuum in der Klasse optimal auf seinem Lernweg begleiten will, muss sich von dem Modell eines Einheitsunterrichts verabschieden, bei dem die gleiche Lehrkraft alle gleichaltrigen Schüler mit dem gleichen Material, im gleichen Raum, mit dem gleichen Ziel und den gleichen Methoden, im gleichen Tempo unterrichtet. Das finde ich sehr wichtig. Ich bin aus der Spracherwerbsforschung und der Fremdsprachendidaktik und ich kenne das da sehr, sehr gut. Wir haben eine Klasse und es gibt Englischunterricht. Und wenn im Bereich der Aussprache irgendwas gemacht wird, dann üben die Lehrerinnen und Lehrer kräftig das TH mit den Schülerinnen und Schülern, weil wir als Deutsche notorisch dafür bekannt sind, das nicht zu beherrschen. Nun habe ich aber in der Klasse Schülerinnen und Schüler mit arabischem oder griechischem Hintergrund, und die haben diesen Laut und trotzdem müssen sie dieselben Übungen mitmachen. Das ist schlicht und einfach sinnlos. Und ich glaube, das ist etwas, was wir eben auch an der Universität immer im Auge behalten müssen. Was mich an den Diskussionen über Diversität in den Medien, aber teilweise auch in der Wissenschaft, bei Konferenzen und in Texten stört, ist, dass oft ignoriert wird, dass die verschiedenen Diversitätsdimensionen, über die wir heute gesprochen haben, auch bei einzelnen Lernenden in vielfältiger Weise interagieren. Gerade in den Medien wird oft die Bedeutung einzelner Faktoren für Lernerfolg betont und Lerner gezielt nur einer Gruppe zugeordnet. In dem Bereich, in dem ich arbeite, da geht es um die Sprachen, da finden Sie dann so einfache Aussagen wie, je früher, desto besser, weil kleine Kinder Sprachen aufsaugen wie ein Schwamm. Ich habe mich sehr, sehr viel mit frühem Fremdsprachenlernen befasst. Ich kann Ihnen sagen, wenn das Erlernen von Sprachen früh passiert, aber sonst die Bedingungen nicht gut sind, dann bleibt der Schwamm sehr trocken. So ein anderer Mythos ist der, Frauen lernen Sprachen besser als Männer. Da haben wir also den Blick nur auf das Geschlecht gerichtet, nichts anderes. Oder, und das ist ein Thema, das haben wir heute sehr oft angesprochen, Schüler mit Migrationshintergrund zeigen sowieso Schwierigkeiten beim Sprachenlernen. Ich möchte Ihnen jetzt sagen, dass ich solche Aussagen sehr bedenklich finde, denn ich finde, und das betrifft die Schule genauso wie die Universität, Vertrauenlehrkräfte solch vereinfachenden Aussagen zur Bedeutung etwa des Alters, des Geschlechts oder eines Migrationshintergrunds für den Lernerfolg ihrer Lernenden birgt dies einige Gefahren. Und zwar sehr kräftig. Und ich höre solche Aussagen nicht nur in den Medien, ich höre sie teilweise auch in der Wissenschaft. Erwartungen zum Beispiel, die Lehrkräfte dann an bestimmte Gruppen von Lernenden haben, können von vornherein zu positiv oder zu negativ ausfallen. Du bist ein Junge, du kannst sowieso keine Sprachen vernünftig lernen. Oder du bist ein Mädchen, du musst doch Sprachen gut lernen können. Des Weiteren ist es so, dass sie sich mit einfachen Erklärungen dafür zufrieden geben, warum ein Lerner besonders gute oder eher schwächere Leistungen zeigt. Na ja, der hat eben erst spät angefangen, eine Sprache zu lernen, weil das konnte ja nichts mehr werden. Monokausale Erklärungen für Lernerfolg, die sich nur auf Geschlecht, nur auf Alter, nur auf Migrationshintergrund beziehen, wie man sie oft in den Medien findet, sind schlicht und einfach nicht angemessen. Und da müssen wir gerade als Forschende darauf aufmerksam machen und immer mehr forschen und das zeigen, wie differenziert man damit umgehen muss. Ist einer Lehrkraft dagegen die Vielfalt der Faktoren bewusst, durch die Lernerfolg beeinflusst wird, kann sie meines Erachtens viel eher einschätzen, wie Lernumgebungen gestaltet werden müssen, damit alle Lernden wirkungsvoll in ihrem Lernprozess unterstützt werden. Und ich würde Ihnen jetzt gerne mal an zwei kurzen Beispielen, nämlich am Beispiel des Geschlechts und des Migrationshintergrunds zeigen, wie stark diese Faktoren einfach jeweils mit vielen anderen Faktoren verknüpft sind. Und da werde ich ein bisschen über meinen eigenen Forschungsbereich sprechen. Gehen wir erst mal auf das Geschlecht ein, weil das ja auch eine viel diskutierte Diversitätsdimension ist. Da findet man eben häufig in den Medien sehr pauschale Aussagen. Der sehr bekannte und auch viel im Fernsehen vertretene Hirnforscher Manfred Spitzer von der Universität Ulm hat vor einigen Jahren mal ein Radiointerview in der SWR-Sendung Leute gehalten, hat er gesagt, zum Geschlecht. Bei Männern funktionieren linke und rechte Hirnhälfte, hier ist es, eher anders. Linkssprachlich, rechtsräumlich. Bei Frauen ist die Sprache eher von beiden Hirnhälften sozusagen geleistet. Was unter anderem heißt, dass Frauen sprachlich sehr viel besser sind als Männer. Wenn jemand sehr bekannt ist, wie Herr Spitzer das sagt, dann glauben das viele Leute. Und dann kann das auch Lehrkräfte in ihrer Unterrichtstätigkeit beeinflussen. Wie ist es aber eigentlich mit dem Geschlecht und dem Sprachenlernen zum Beispiel? Ist das so einfach? Was wissen wir darüber? Wir können ganz einfach sagen, dass bezüglich der Bedeutung des Geschlechts für Erfolge beim Sprachenlernen sich gezeigt ist, dass die generelle Aussage, dass Frauen oder Mädchen Sprachen besser lernten als Männer oder Jung, schlicht und einfach nicht haltbar ist. Wenn man sich zum Beispiel Ergebnisse aus Grundschulen anschaut, ist es so, dass in einigen in deutschen Grundschulen durchgeführten Studien Schülerinnen tatsächlich bessere Ergebnisse beim Fremdsprachenlernen gezeigt haben als Schüler, zum Beispiel in Aufgaben zum Hörverstehen und Leseverstehen. In einigen an weiterführenden Schulen durchgeführten Studien haben Schülerinnen ebenfalls Leistungen beim Fremdsprachenlernen erzielt, bessere Leistungen erzielt als Schüler, männliche Schüler, zum Beispiel auch wieder in Aufgaben zum Hörverstehen, Leseverstehen zum Schreiben und zur Grammatik. Es gibt aber auch Studien zum Erlernen von Fremdsprachen, in denen Schüler bessere Leistungen als Schülerinnen erzielt haben. In einer Studie von Edelenbus und Vignet zum Beispiel erzielten Grundschüler in Aufgaben zum Hörverstehen, Leseverstehen und zum Wortschatz bessere Leistungen als Grundschülerinnen. Und darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen, da wurden auch gar keine Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen oder Männern und Frauen festgestellt. Also ich selbst war zwei Jahre in den USA tätig und habe Sprachenlernen, Mehrsprachigkeit bei Migranten untersucht und wir hatten so gut wie nie Unterschiede zwischen Männern und Frauen, weder in Bezug auf das Erlernen der Grammatik oder der Aussprache. Zusammenfassend kann man also sagen, dass sich keine klaren Schlussfolgerungen für die Bedeutung des Geschlechts für das Fremdsprachenlernen ziehen lassen und deshalb ist es immer so, es ist zwar schön, wenn aus neurowissenschaftlicher Sicht Vorhersagen gemacht werden, wenn die Lerner sich an die Vorhersagen aber nicht halten, dann haben wir ein Problem und das ist häufig so und das betrifft zum Beispiel auch die Altersvariable. Dass wir nun so unterschiedliche Ergebnisse finden, ist nicht überraschend, weil der Faktor Geschlecht mit vielen anderen Faktoren interagiert, insbesondere sicherlich irgendwo auch mit neuen uronalen Faktoren, aber auch mit affektiven, unterrichtlichen und sozialen Faktoren. Was wir nämlich wissen und was Studien auch wieder aus meinem Bereich gezeigt haben, in denen Schülerinnen besser abgeschnitten haben als Schüler, hat sich nämlich gezeigt, dass Schülerinnen insgesamt mehr Motivation für das Erlernen von Fremdsprachen zeigen als Schüler. Oftmals positivere Einstellungen gegenüber dem Erlernen von Fremdsprachen und der mit ihnen verbundenen Kultur zeigen als Schüler. Beim Fremdsprachenlernen mehr Unterstützung von ihren Eltern erhalten als männliche Schüler, sich mehr mit ihren Lehrkräften sowie Mitschülerinnen in der Fremdsprache austauschen, tatsächlich sogar auch mehr von genderspezifischen Aktivitäten und Unterrichtsmaterialien profitieren als Schüler. Und wenn Schüler in Studien besser abgeschnitten haben als Schülerinnen, wurde das zum Beispiel dadurch begründet, dass die Schüler mehr fremdsprachlichen Input erhalten haben und die Fremdsprache öfter verwendet haben, weil sie viel im Internet waren, auf englischen Seiten oder weil sie viel mit englischen Computerspielen gespielt haben. Sie sehen also, wenn wir Unterschiede finden zwischen Männern und Frauen, Mädchen und Jungen, dann hat das nicht mit dem Geschlecht als solchen zu tun, sondern mit vielen Faktoren, die, wie man so schön sagt, mit der variable Geschlecht konfundiert sind, verquickt sind. Kommen wir jetzt zu einem anderen Punkt, der sehr, sehr viel diskutiert wird, zur Bedeutung eines Migrationshintergrunds bzw. einer Zuwanderungsgeschichte. Dieses Thema möchte ich nochmal ansprechen, weil mich unglaublich ärgert, dass in Deutschland in den Medien Migrationshintergrund sehr häufig automatisch mit Risikogruppe gleichgesetzt wird. Ich finde es ganz interessant, es gibt ein Buch, das in diesem Jahr veröffentlicht wurde, von Barsch et al., Diversity in der Lehrerinnenbildung, internationale Perspektiven, der Vielfalt in Forschung und Praxis. Und da wird ganz gut zum Ausdruck gebracht, dass wir in diesem Bereich noch viel, viel mehr Forschung brauchen. Es geht nämlich irgendwie darum, und das kommt hier auch zum Ausdruck, wir können natürlich in der Lehre sehr, sehr viel machen. Aber Herr Pausen, Sie sind Mediziner, bis ein Medikament auf den Markt kommt, muss es viele Phasen durchlaufen, indem es überprüft wird. Bei der Bildung ist es leider häufig so, jemand hat eine gute Idee, überzeugt die Politik und es wird eingeführt. Ohne, dass überprüft wird, ob es wirklich etwas bringt. Und meines Erachtens brauchen wir deshalb auch viel Forschung, was den Umgang mit Diversität angeht. Barsch et al. schreibt, derzeit liegen einem erweiterten Begriff von Diversität und den Implikationen dieses Begriffes für die Lehrerinnenbildung, für den deutschsprachigen Raum nur wenige Forschung zugrunde. Im internationalen Kontext gestaltet sich die Forschungslage ausdifferenzierter. So wird etwa dem Thema Mehrsprachigkeit nicht nur im bildungswissenschaftlichen Kontext begegnet, sondern die damit verbundenen Implikationen werden auch in den Fachwissenschaften und Fachdidaktiken diskutiert. Diese Entwicklung steht in Deutschland etwa, was das Forschungsfeld Deutsch für Schülerinnen mit Zuwanderungsgeschichte bzw. Deutsch als Zweitsprache betrifft, noch am Anfang. Was man jetzt zum Beispiel gerade wahrzunehmen beginnt, Herr Pausen, Sie hatten es heute Morgen auch angesprochen, Fachtermini beispielsweise und inwieweit können die Studierenden der Medizin mir denn überhaupt folgen? Wie muss ich eigentlich Fachtermini heute unterrichten? Wir hatten ein Treffen im Ministerium zu Beginn des Jahres, da hat ein Kollege aus Regensburg, aus der Physikdidaktik berichtet, dass viele Studierende, nicht viele Studierende, sondern Schülerinnen und Schüler Physikleistung bringen und nicht, weil sie nicht begabt sind in dem Fach, sondern weil ihre Lehrkräfte nicht mehr in der Lage sind, sprachlich die Physik anschaulich zu erklären. Sie schaffen es sprachlich einfach nicht. Man muss sich dann unterschiedliche Gründe, Leute anpassen. Nun finden wir gerade in diesem Bereich sehr, sehr viele pauschale Aussagen. Das hier ist eine Aussage von der Website des Nachrichtensenders NTV, nicht gut genug für die Schule, Migrantenkinder sprechen kaum Deutsch. Und sowas findet man und das wird dann geglaubt und das wird dann gerne auf Erwachsene übertragen. Was wissen wir eigentlich über Personen mit Migrationshintergrund? Die Frage muss man erst mal stellen. Und da ist es mal ganz interessant, sich als erstes mal anzugucken, wer in Deutschland denn als Personen mit Migrationshintergrund gilt. Und dafür haben wir ein statistisches Bundesamt und die müssen ja klare Kriterien haben. Und wenn Sie sich das mal anschauen, dann werden Sie merken, Migranten sind ganz schön viele. Einen Migrationshintergrund besitzen alle nach 1949 in das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zugewanderten, nach dem Statistischen Bundesamt, sowie alle in Deutschland geborenen Ausländer und alle in Deutschland als deutsche Geborenen mit zumindest einem zugewanderten oder als Ausländer in Deutschland geborenen Elternteil. Das sind wirklich viele. Und deshalb ist es auch nicht überraschend, dass im Jahr 2015 20 Prozent der Gesamtbevölkerung und 35 Prozent, mehr als ein Drittel aller Kinder und Jugendlichen im Alter von 0 bis 15 Jahren einen Migrationshintergrund haben. Und da merken Sie, wie wichtig das Thema dieser Veranstaltung heute ist, denn das sind über ein Drittel der Kinder und Jugendlichen im Moment und die kommen irgendwann auch an die Universitäten. Nicht unbedingt über ein Drittel, aber es werden immer mehr und auf die müssen wir uns einstellen. Was wissen wir jetzt aber tatsächlich, um auf diese pauschalen Aussagen zurückzukommen, über die Deutschkenntnisse und auch die Fremdsprachenkenntnisse von, ich habe das hier mal übernommen, Migrantenkindern. Was ja auch kein besonders schöner Begriff ist, finde ich. Gut, schauen wir uns das mal an. Es ist tatsächlich so, wenn wir uns die Deutschleistungen von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund im Regelunterricht anschauen, dann ist es so, dass Kinder mit Migrationshintergrund in der Grundschule tatsächlich in den meisten Studien, da gibt es große Vergleichsstudien, Iglu, die internationale Grundschuleseuntersuchung und viele andere, da zeigen Kinder mit Migrationshintergrund im Deutschen tatsächlich häufig schlechtere Leistungen als Kinder ohne Migrationshintergrund. Und auch in der weiterführenden Schule, da sind größte Untersuchungen zum Beispiel in der neunten Klasse durchgeführt worden, zahlen Kinder mit Migrationshintergrund in der Regel schlechtere Leistungen als Kinder ohne Migrationshintergrund. Aber schon da müssen wir wieder vorsichtig sein, denn es hat sich in diesen Studien aufgezeigt, dass Kinder mit Migrationshintergrund, bei denen nur ein Elternteil im Ausland geboren wurde, in der Regel schlechter abschneiden als Kinder, bei denen beide Eltern im Ausland geboren wurden. Schauen wir uns dann mal die fremdsprachlichen Leistungen von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund im Regelunterricht an, dann kippt das Bild. Es ist so, dass an den Grundschulen die Leistungen, die sprachlichen Leistungen der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund noch ein bisschen uneinheitlich bisher waren, vor allen Dingen in Bezug auf das Hörverstehen. Da ist es so, dass Kinder mit Migrationshintergrund in einigen Studien gleich gute oder bessere Leistungen gezeigt haben als Kinder ohne Migrationshintergrund. In anderen Studien haben Kinder mit Migrationshintergrund aber auch schlechtere Leistungen gezeigt als Kinder ohne Migrationshintergrund. Interessant ist, in der weiterführenden Schule, da hat man wieder neunklässler getestet, haben Kinder mit Migrationshintergrund in der Regel gleich gute oder bessere Englischleistung oder fremdsprachliche Leistung gezeigt als Kinder ohne Migrationshintergrund. Ganz besonders interessant wird es, wenn man mal von Programmen mit Regelunterricht, wie wir ihn alle kennen aus unserer Schulzeit, abweicht und mal in andere Unterrichtsangebote geht. Und das haben zum Beispiel meine Kollegin Anja Steinlern und ich gemacht. Wir haben uns einfach mal Schulprogramme angeguckt, in denen mehrsprachig gearbeitet wird und nicht nur einsprachig. Und wir haben uns die sprachlichen Leistungen von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund in Deutsch, Englisch, Bilingualen angeboten angeschaut. Das sind Schulen, in denen verschiedene Fächer einfach in englischer Sprache unterrichtet wird. Zum Beispiel Mathe oder Kunst oder Biologie oder Sachunterricht. Und wir haben in verschiedenen Studien die Deutsch- und Englischleistung von Grundschülerinnen mit und ohne Migrationshintergrund verglichen und zwar in Schulen mit Deutsch, Englisch, Bilingualen angeboten, in denen circa 50 Prozent des Unterrichts in englischer Sprache durchgeführt wurde. Und wir haben dann verschiedene standardisierte Tests eingesetzt, um die Deutschleistung und Englischleistung der Schülerinnen und Schüler zu überprüfen, das schöner an diesem standardisierten Test war. Wir konnten dann gucken, inwieweit die Schülerinnen und Schüler im Deutschen zum Beispiel das Niveau erreichen, das für einsprachig deutsch aufwachsende Kinder normal ist. Da erwartet man bei Kindern mit Migrationshintergrund häufig Defizite, dass sie an das Niveau der einsprachig deutsch aufwachsenden nicht herankommen. Was haben wir herausgefunden? Folgendes, in Tests zum Lesen und Schreiben im Deutschen haben wir keine signifikanten Unterschiede zwischen den Ergebnissen der Schülerinnen mit und ohne Migrationshintergrund festgestellt. Die waren im Deutschen gleich gut in diesem Bilingualen Programm, obwohl der Unterricht zu 50 Prozent auf Englisch stattgefunden hat. In allen Deutsch-Tests erzielten beide Gruppen von Schülerinnen Ergebnisse, die den Altersnormen einsprachig deutsch aufwachsender Kinder entsprechen. Wir haben also keine Defizite gezeigt. Im Test zum englischen Wortschatz und Grammatikkenntnissen zum Lesen und Schreiben im Englischen wurden ebenfalls keine signifikanten Unterschiede zwischen den Ergebnissen der Schülerinnen mit und ohne Migrationshintergrund festgestellt. Das heißt, Aussagen wie Migrantenkinder sprechen kaum Deutsch, das waren alles Grundschulkinder, sind pauschalisierend und wissenschaftlich nicht haltbar. Die Kinder, die wir hatten, haben keine Unterschiede gezeigt zu Kindern aus einsprachig deutschen Familien und das, obwohl 50 Prozent des Unterrichts in englischer Sprache stattgefunden hat. Die Lehrkräfte wussten aber, sie dürfen das Deutsche nicht vernachlässigen. Es kann nicht sein, dass man nur Englisch fördert. Das war ihnen immer bewusst und sie mussten dadurch, dass 50 Prozent des Unterrichts auf Englisch stattfanden und es natürlich schwieriger ist für die Kinder, darauf achten, dass sie ganz besonders anschaulich unterrichten und sicherstellen, dass alle Kinder unabhängig von ihren Vorkenntnissen im Englischen ihnen noch folgen können. Und ich glaube, diese Anschaulichkeit, die hilft Lernern sehr. Und diese Anschaulichkeit sollten wir auch versuchen, in der Hochschullehre umzusetzen. Gut. Ja, und gerade im Zusammenhang mit dem Migrationshintergrund ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns auch hier bewusst machen, dass eine Variable wie Migrationshintergrund mit vielen anderen Variablen interagiert. Wir wissen zum Beispiel auch wieder durch das Konsortium jetzt Bildungsberichterstattung, dass im Vergleich zu Familien ohne Migrationshintergrund sich Familien mit Migrationshintergrund häufig immer noch durch einen niedrigeren sozioökonomischen Status und ein geringeres Bildungsniveau auszeichnen. In Abhängigkeit von ihrem ethnischen und kulturellen Hintergrund können auch die Einstellungen, die Familien mit Migrationshintergrund gegenüber Bildungseinrichtungen zeigen, sich relativ deutlich von denen von Familien ohne Migrationshintergrund unterscheiden. Es gibt bestimmte Kulturen, da wird Bildung vor allen Dingen den Schulen zugewiesen und den Bildungseinrichtungen. Eltern fühlen sich da nicht so stark für verantwortlich. Das wirbt sich darauf aus, wie ich mich in der Schule entwickle. Dann ist es auch noch so, auch die Einstellungen von Lehrkräften und Mitschülerinnen gegenüber Schülerinnen mit Migrationshintergrund können sich von denen unterscheiden, die sie gegenüber Schülerinnen ohne Migrationshintergrund haben. In unserem Workshop vorhin haben sie ein interessantes Beispiel genannt. Sie haben gesagt, sie haben eine sehr interessante Laufbahn gehabt von der Grundschule, zunächst in die Hauptschule damals noch und dann wirklich alle Schulformen durch. Und man muss sich dann immer fragen, war das so, weil sie den Migrationshintergrund haben? Sind sie von ihren Lehrkräften vielleicht anders betrachtet worden als deutschsprachige Mitschülerinnen und Mitschüler? Das ist leider etwas, was man häufig findet. Erstmal nimmt man Schülerinnen oder Lerner mit Migrationshintergrund und tut sie in eine bestimmte Schublade. Und natürlich wirkt sich das auch aus. Und beim Mitschülern ist das ähnlich. Und was wir auch ganz klar sagen müssen, ist, dass die besonderen sprachlichen und kulturellen Bedürfnisse von Schülerinnen oder Studierenden mit Migrationshintergrund in vielen Lehrbüchern und auch Klassenzimmern immer noch nicht angemessen berücksichtigt werden. Wenn ich mir Englischlehrwerke anschaue, die zum Beispiel auch auf Leute mit unterschiedlichen kulturellen oder sprachlichen Hintergründen eingehen müssten, dann finden wir das ganz, ganz oft nicht. Das ist ein Problem, das wir, glaube ich, in jedem Fach haben. Jedes Fach, das wir unterrichten, wird aus so einer deutschen Perspektive in die Lehrbücher gebracht und dann muss man diese eben übernehmen. Und häufig gibt es da schon Schwierigkeiten. Was sind jetzt meine Schlussfolgerungen? National und internationale Ergebnisse haben also deutlich gezeigt, dass der Lernerfolg auch einzelne Lerner nie nur durch eine Diversitätsdimension bestimmt wird. Im Kita-, Schul- und Hochschulkontext haben Nebendimensionen wie Geschlecht und ethnische Herkunft viele miteinander interagierende Faktoren einen Einfluss auf Lernerfolg. Insbesondere, und ich denke, diese spielen immer eine Rolle, affektive und motivationale Faktoren. Das haben wir häufiger schon angesprochen heute. Einstellung, Motivation. Soziale Faktoren wie der sozioökonomische Hintergrund. Bildungsnähe einer Familie. Ganz wichtig, Unterstützung durch die Umgebung. Hilf mir meine Familie. Hilf mir meine Eltern. In der Schule ganz wichtig. Kognitive Faktoren, die haben wir heute kaum angesprochen. Verbale und nonverbale Intelligenz. Da haben wir Unterschiede, auch noch zwischen Studierenden. Aufmerksamkeit oder auch exekutive Kontrolle. Wir haben also auch kognitive Faktoren, die zu unterschieden führen können. Und natürlich ganz wichtig, und das ist das, woran wir als Lehrende arbeiten müssen, die Gestaltung der Lernumgebung. Zum Beispiel auf der Basis von Materialien, die die Bedürfnisse von Lernenden mit unterschiedlichen ethnischen und kulturellen Hintergründen berücksichtigen oder weibliche und männliche Lernenden ähnlicherweise ansprechen. Ich habe gerade eine Mitarbeiterin am Lehrstuhl, die sich anschaut, wie genderspezifisch teilweise Fremdsprachen unterrichtet werden. Sie hat gesagt, ich wundere mich nicht, dass wir so einen hohen Anteil an Studentinnen haben, die Französisch und Spanisch studieren. Denn sie hat gemerkt, als sie ihr Referendariat gemacht hat, sie sagte, die meisten Materialien, die wir benutzt haben, waren auf Mädchen zugeschnitten. Es sind dann also die Materialien. Ich muss also Themen finden, die die Geschlechter gleichermaßen ansprechen. Gut, somit stellt sich für mich eben auch die Frage, inwieweit es überhaupt angemessen ist, dass in Diskussionen über Diversität häufig nur einzelne Dimensionen, wie Geschlecht, ethnische Herkunft oder Behinderung, gesondert in den Blick genommen werden. Lehrende stehen heute gewöhnlich vor der Herausforderung, in ihrer Lehre ganz verschiedenartige Lernde in ihrem Lernprozess unterstützen zu müssen. Verschiedenartig in unterschiedlichster Hinsicht. Und bei der Entwicklung von Lernumgebungen und Lehrmaterialien muss dabei immer vom Ziel her gedacht werden. Was bedeutet das? Wir können natürlich sagen, wir benutzen jetzt oder entwickeln Materialien, die möglichst viele ansprechen, aber das Ziel muss ein anderes sein. Zunächst muss die Frage im Vordergrund stehen, was sich die Lernenden erarbeiten sollen. In Medizin, in Physik, in den Geisteswissenschaften. Und dann muss ich überlegen, wenn ich weiß, was ich eigentlich als Lernziel habe, dann muss ich mich fragen, wie meine Lehre zum Beispiel sprachlich, anschaulich und motivierend gestaltet werden muss, damit ganz verschiedene Lernde dieses Lernziel, den Inhalt auch wirklich erreichen können. Damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.